Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Es ist jetzt Ihr Haus Aber wir haben uns Herr Lubbert, Colonel Morgan, bitte kommen Sie rein Das ist meine Frau Meine Tochter und ich werden Sie nicht stören, bis wir ins Lager umziehen Wie wäre es, wenn wir Sie hier behalten? Mit Ihnen... hier wohnen? Ihr Hass wird vielleicht nicht offen gezeigt, aber unter der Oberfläche ist er vorhanden Haben Sie während des Krieges hier auf einen deutschen Sieg gehofft? Hat die Bombardierung die Gesundheit Ihrer Familie beeinträchtigt? Ja, die Gesundheit meiner Frau Sie ist beim Luftangriff gestorben Das tut mir sehr leid Du hast mir nicht gesagt, was mich hier erwartet So war das alles nicht geplant Nichts ist so, wie es geplant war Bitte geh nicht Ich habe etwas zu erledigen Wenn du schon ein Mädchen beobachtest, mache ich wenigstens ein Kompliment Ja, natürlich Irgendwas ist anders Seien Sie vorsichtig, die sind nicht wie wir Ich dachte, ich würde nie wieder so glücklich sein Dann komm mit uns, das ist was du wolltest Auf den Neubeginn Niemandsland The Aftermath 2019 Nur im Kino